Ja, Simon Bodenmacht, so ein Derby, das knapp ist, das emotional ist, wo man zwei Goals schiesst, das macht unglaublich Spass. Ja, das ist ein super Abend für uns. So eine Derbywoche, etwas mega Spezielles, ich habe es gestern schon gesagt, zweimal hintereinander gegen Kloten. Wir hatten es lange nicht mehr, jetzt geht es Back-to-Back und wir können zweimal gewinnen, das ist natürlich super für uns. Zweimal Powerplay gespielt, also mehrmals Powerplay gespielt, zweimal getroffen, zweimal die gleiche Spielsituation. Sie schaffen es, trotz allem Gerät relativ ruhig zu bleiben, den Kopf frei zu behalten, wie machen Sie das? Äh, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin dann schon auch froh, wenn es nicht mehr jeden Tag über mich in der Zeitung geschrieben wird. Und ich mir selber wieder ein bisschen Gedanken machen kann. Aber wenn es auf dem Eis so läuft, dann hilft es natürlich, um den Kopf frei zu behalten. Vielen Dank.